Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric, willkommen bei einem neuen Video und ich habe jetzt hier wieder ein neues Auto für euch und zwar ist das der Audi e-tron oder besser gesagt jetzt heißt er anders, jetzt heißt er Q8 und es ist nicht nur die Q8 Normalversion, nein es ist der SQ8 in der Sportback Variante, das Flaggschiff der Audi SUV Familie und ja er beginnt hier bei 100.000 Euro und diese Version, die ich hier fahre, kostet irgendwie 127.000 in der Ausstattungsvariante. Das ist schon eine Ansage, können sich die wenigsten leisten, aber dafür ist es hier auch wirklich, ja ich sag mal Top of the Pops des deutschen Automobilbaus und ich weiß noch ganz gut, wie es war vor vier Jahren, wo ich mein erstes Audi e-tron Video gedreht habe, was übrigens nebenbei gesagt das erfolgreichste Video ist, was ich jemals rausgebracht habe, hat glaube ich 430.000 Aufrufe oder so. Tesla-Fahrer fährt das erste Mal Audi e-tron oder wie das hieß, hat wohl ziemlich viele Leute interessiert. Ja, ich bin mal gespannt, wie das hier bei diesem Audi SQ8 Sportsback ist, Sportback, so. Ja, wir sind vier Jahre weiter, was hat sich da getan? In puncto Akku, in puncto Reichweite, in puncto Assistenzsystem, Ladeplanung und und und. Ich meine, vom Interieur sieht es hier relativ ähnlich aus wie im ure-tron, nicht ganz so viel verändert, wir haben auch wieder drei Displays. Aber heute bei heftigen Schneetreiben, wir haben es echt Winter und wir haben es minus, weiß ich gar nicht, ne, 0 Grad genau, laut Anzeige hier. Bei heftigen Schneetreiben fahren wir heute natürlich von Bremen nach Bremerhaven und zurück. Ich habe hier natürlich Winterreifen drauf, 20 Zöller. Ich bin gespannt, wie sich der SQ8 Sportback hier schlägt. Ob er wirklich effizient ist, das werden wir sehen. Wird also ein sehr interessantes Video, also unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, bevor der Schneefall hier heute noch heftiger wird, würde ich sagen, fahren wir mal los. Bremen, Bremerhaven und zurück, 130 Kilometer bei Tempo 130. Ich hoffe, ich kann das bei dem Wetter durchhalten. Und auf geht's. Komme ich hier rum? Ja, gerade so. Also, das Schiff ist wirklich lang, fast 5 Meter. Und natürlich macht sich das auch beim Wendekreis bemerkbar. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß er ist. Auf jeden Fall unter 12 Meter. Es ist wirklich, sogar die Straßen sind komplett verschneit. Also es hat vor einer Stunde angefangen und es ist wirklich kalt gewesen, sodass das alles sofort gefriert und nicht taut. Und Räumdienste waren heute noch nicht da. Also, ich hoffe, die Autobahn ist einigermaßen frei. Das werden wir sehen. Aber gut, der Audi, ja, ich will immer e-tron sagen, aber ist ja jetzt der SQ8. Der ist natürlich ein Auto, ja, Sicherheit ist quasi sprichwörtlich bei diesem Wagen. Nicht nur Vorsprung durch Technik, auch Sicherheit durch Technik. Assistenzsysteme sind natürlich alle an Bord, die man sich nur denken kann. Head-Up-Display und, und, und. Und bei der Ausstattung für den Preis, würde ich sagen, kann man das auch mal erwarten. Ja, bei der Größe dieses Autos, da kommt schon so ein bisschen Schiffgefühl auf. Wobei ich sagen muss, dass das Fahrwerk natürlich überhaupt nicht den Eindruck vermittelt, als würde es hier irgendwie groß wanken oder so. Es ist, ja, komfortabel abgestimmt. Und nicht zu hart, nicht zu weich. Also für das Auto eigentlich relativ angemessen. Fahrmodus, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich habe auf Normal gestellt. Ne, jetzt ist gerade Allroad. Ja, Allroad ist ja gar nicht so schlecht bei dem Wetter. Aber ich würde sagen, ich stelle mal auf Komfort. Das ist so sicherlich die Standardeinstellung. Komfort haben wir jetzt. Alles klar. Ja, und die Rekorporation, die kann man hier im Betriebssystem einstellen. Ich habe sie jetzt auf Manuell stehen. Damit kann man dann hier über Schaltpedals am Lenkrad quasi die Stufen einstellen. Und defaultmäßig, wenn man einsteigt, ist es immer auf Segeln. Und wenn man wirklich rekuperieren will, dann muss man zwei oder dreimal hier am Pedal ziehen. Und dann rekuperiert er doch relativ stark. Fast bis zum Stillstand. Und mit so ein bisschen gefühlvollem Gasfuß, sage ich mal, kann man auch One-Pedal-Driving machen. Das gefällt mir ganz gut. Was mir eben nicht so gut gefällt, ist, dass man das jedes Mal beim Einsteigen wieder neu machen muss. Und die adaptive Einstellung, die ich auch mal ausprobiert habe, wo der Wagen quasi selber entscheidet, wann er rekuperiert und wann nicht. Ja, da rekuperiert er meines Erachtens einfach nicht dann, wenn ich es gerne hätte. Zumindest so, wie ich das bis jetzt erfahren habe. Und deswegen habe ich jetzt auch manuell gestellt. Dann kann ich das selber entscheiden mit den Pedals hier. Ja, ihr hört das Gebimmel. Dieser Wagen ist ja neu. Das ist ja die 2024er Ausführung. Und dementsprechend muss das Auto gemäß EU-Verordnung neben der Verkehrszeichenerkennung, also eine Geschwindigkeitserkennung haben und entsprechend eine Warnung, wenn man zu schnell fährt. Was ja an sich okay ist. Ich bin in der Tempo-30-Zone und ich fuhr 33. Sorry for that. Und bei 33 fängt er an zu bimmeln. Also er bimmelt dreimal, hört dann auf und wenn ich dann länger etwas zu schnell fahre, fängt er dann wieder an. Und das ist schon, ich würde mal sagen, nervig, um das es mal harmlos auszudrücken. Das Problem ist, das wird in Zukunft jedes Auto haben müssen, weil es ist nämlich jetzt eine EU-Verordnung. Ja, wir mussten heute hier an der Ampel mal nicht warten. Das ist auch gar nicht schlimm. Normalerweise gebe ich da ja mal ein bisschen Gas, um die Beschleunigung auszuprobieren. Das ist hier beim SQ8 Sportback eigentlich überhaupt nicht nötig, denn da ist er über jeden Zweifel erhaben auf dem Papier. Und bei dem Wetter hier würde ich das sowieso ungern ausprobieren, obwohl er ja Allrad ist. Aber er beschleunigt in 4,5 Sekunden von 0 auf 100, hat 370 kW Leistung, 503 PS, 900, was war das? Irgendwas 30 oder 70 Newtonmeter, also Drehmoment. Das ist der Hammer hier, diese Kiste. 2,7 Tonnen Leergewicht. Ich glaube, es ist das schwerste Auto, außer vielleicht ein Transporter, was ich bis jetzt gefahren bin. 2,7 Tonnen, Leute. Aber irgendwie merkt man das auch. Das ist hier in dem Auto, fühlt man sich fast schon gepanzert. Es ist alles extrem massiv. Verarbeitung, also man kann irgendwo gegendrücken, es knarrt nicht mal irgendwas. Also Hut ab, das ist schon vom Automobilbau her Spitzenklasse. Ob jetzt 2,7 Tonnen für ein E-Auto wirklich so gesund sind, das wage ich jetzt allerdings mal zu bezweifeln. Ja, und das hatten wir tatsächlich, glaube ich, noch nie bei einer Probefahrt von mir, solchen Schneefall. Also bei so einem Schneetreiben geht es jetzt gleich auf die Autobahn und ich versuche, wenn es nicht zu glatt ist, die 130 durchzuhalten. Müsste ich mit dem Allradauto hier aber eigentlich schaffen. Audi verspricht ja so einiges. Sie sprechen ja bei den Q8-Modellen von bis zu 600 Kilometer Reichweite. Hier beim SQ8 Sportback, da heißt es dann nur noch 470 Kilometer Reichweite. Aber ich bin ja gespannt, ob wir da irgendwie in die Nähe kommen. Ja, so wie sich das jetzt hier anfühlt auf der Strecke, gerade auch auf der Autobahn, da werde ich wohl nicht 130 fahren. Das ist es mir dann doch nicht wert. Wie schnell ich fahren werde, muss ich nochmal gucken. Aber auf jeden Fall nicht 130. Und trotzdem ist es interessant bei der Kälte, jetzt haben wir minus 1 Grad und Schneetreiben, wie sich da der SQ8 Sportback so schlägt. Wo wir gestartet sind, hatten wir übrigens 100 Prozent im Akku und die Reichweitenanzeige hier im Auto stand auf 320 Kilometer. Also bei 100 Prozent. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn wir haben hier ein Auto. Das hat eine Akkugröße von 114 Kilowattstunden brutto. Und netto sind nutzbar 106 Kilowattstunden. Also ist nicht nur eins der schwersten Autos, die ich je gefahren bin, sondern auch eins mit dem größten Akku. Und aus den 106 Kilowattstunden dann eine Reichweite zu ziehen von 320 Kilometer. Das muss man erst mal bringen, würde ich sagen. Das ist richtig doof. Vor einer Stunde lag hier noch gar nichts. Und jetzt ist es plötzlich total eingeschneit. Ja, ist doof, müssen wir durch. Aber trotzdem ist es so, dass selbst dann bei dieser moderaten Geschwindigkeit, die man normalerweise so nicht fahren würde auf der Autobahn, habe ich momentan hier stehen 37,4 Kilowattstunden nach 20 Kilometer Strecke. Das ist doch mal eine Ansage. Ja, Leute, ich habe jetzt hier leider einen Unfall scheinbar vor mir irgendwo. Und ich stehe jetzt hier im Stau. So, vielleicht werde ich die Tour heute doch irgendwie abbrechen und bei der nächsten Ausfahrt versuchen zu wenden. Mal sehen, wie weit das eigentlich geht. Oh ja, das ist eine ziemliche Strecke hier. Seedorf. Wie viele Kilometer sind das? Bestimmt 3,4. Ja, Leute, ich stehe jetzt seit fast anderthalb Stunden hier im Stau. Die A27 von Bremen nach Bremerhaven ist jetzt hier gesperrt hinter Ilpol. Da hat sich ein LKW wohl quergestellt. Es ist immer noch 0 Grad jetzt. Der Schnee hat zum Glück jetzt aufgehört, aber bis vor fünf Minuten hat es wie blöd geschneit. Die Straßen sind auch total verschneit. Und es ist kalt, wie gesagt. Aber ich sitze hier im warmen Elektroauto seit anderthalb Stunden. Und was soll ich euch sagen? Ich habe ein Prozent verloren vom Akku. 92 Prozent war es, als der Stau anfing. Jetzt bin ich bei 91 Prozent, anderthalb Stunden. Also ja, ich halte das hier locker 90 Stunden aus. Ist nur ein bisschen blöd, dass das heute hier eher keine Testfahrt wird, sondern mehr so ein Teststand. Ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt noch dauert, um diesen LKW da zu bergen. Das größere Problem statt der Reichweite und des Akkuverbrauchs ist eher so die Blase. So, Leute, nach nur knapp zwei Stunden Stau geht es hier ein bisschen weiter zumindest. Ich habe jetzt noch 90 Prozent im Akku. Das heißt, von 92 habe ich in zwei Stunden zwei Prozent verloren. Ja, pro Stunde ungefähr ein Prozent. Und ich habe Sitzheizung an, Heizung auf 21,5 Grad, habe zwischendurch auch Radio gehört. Also ja, was soll ich sagen? Man kann hier locker mit einem einigermaßen großen Akku 90 Stunden. Wie viele Tage? Vier, vier Tage im Stau stehen. Also Leute, gar kein Thema mehr. Und jetzt werde ich aber für heute das abbrechen. Das heißt, ich werde hier gleich umdrehen, weil die Straßen sind total vereist hier. Also man kann wirklich nur Schritttempo fahren. Und ich werde dann morgen die Teststrecke nochmal fahren. Da haben wir hoffentlich sechs Grad, ist zumindest vorhergesagt. Also naja, erster Versuch heute. Ein bisschen gescheitert, aber nicht das Auto war schuld, sondern nur das Wetter. Ja, neuer Tag und neuer Versuch. Aber bevor wir jetzt auf die zweite Runde gehen, zeige ich euch ein bisschen was vom Interieur hier, vom Audi SQ8 Sportback. Wenn man hier einsteigt, ist es also ganz eindeutig ein Premium-Gefühl. Der ganze Wagen sieht aus wie aus einem Guss und ich hatte es vorhin ja schon erwähnt. Es ist alles extrem massiv. Also es bewegt sich hier gar nichts. Man kann reißen, rumpeln, drücken, wo man will. Also es ist alles wie aus einem Block gegossen und dann irgendwie rausgefräst. Auch die Materialien sind natürlich aus Kunststoff in der Regel. Also hier haben wir zwar so ein bisschen Alcantara und hier Kunstleder, aber die ganze Sportausführung hier mit den roten Ziernähten, auch diese Ledersitze. Und ich glaube, das ist echtes Leder, wobei ich mir da nicht so sicher bin, aber ich glaube, es ist echtes Leder. Aber mit dem S eingeprägt, mit diesen roten Ziernähten, das sind Sportsitze. Also die sind extrem bequem und sehr, sehr hochwertig. Sieht einfach klasse aus. Diese halb offene Mittelkonsole sieht auch sehr schön aus. Sie gibt dem Ganzen so ein bisschen einen luftigen Charakter. Sie hat auch so Alu-Einfassungen aus Kunststoff. Das sieht alles sehr schön aus. Hier in der Mitte ist dann noch so ein Fach mit so einem Schieberollo. So hier, ganz interessant, so eine induktive Ladeschale fürs Handy, wo man das Handy so seitlich reinschiebt. Habe ich auch sonst nirgendwo gesehen. Ein bisschen doof, nur dass man dann das Display irgendwie nicht im Blick hat, wenn man mal drauf gucken möchte. Was man während der Fahrt natürlich nicht tun sollte. Und so kann man es auch nicht. Aber das Rein- und Rausschieben ist ein bisschen fummelig, finde ich. Für dicke Hände kriegt man das schlecht wieder raus. Und meine Hände sind ja nun wirklich nicht dick. Was haben wir hier noch? USB-C, zwei Anschlüsse, 12-Volt-Anschluss mit einem Fake-Zigarettenanzünder. Da ist nichts drin. Also hier ein eindeutiges Nichtraucherauto in dieser Ausstattung. Ja, und stauraummäßig war es das. Hier haben wir noch eine Armlinie, die man hochklappen kann. Mit einem kleinen Staufach viel ist es nicht. Passt vielleicht gerade mal eine Getränkedose rein, wenn wir Glück haben. Und das war es im Prinzip. In der Tür ist noch Ablage. Passt sicherlich auch eine Literflasche rein. Das ist ganz schön. Und ansonsten sehr interessant hier diese Auflage für die Handfläche, wenn man zum Beispiel den dritten Bildschirm bedienen möchte mit der Klimatisierung. Denn wenn man diese Auflagefläche nicht hätte, dann würde man während der Fahrt immer irgendwie so ein bisschen wackeln und die Tasten nicht treffen. Und das ist hier sehr gut gelöst. Man kann schön die Hand auflegen, ist in Ruhe und kann dann hier schön die Bedienung der Klimaanlage oder der Temperatur oder Lüftung, Sitzheizung, alles, was man hier so machen kann, wunderbar steuern. Das ist gut gelöst. Ja, überhaupt sind das ja Touch-Bildschirme, die ein sehr interessantes haptisches Feedback haben. Also es reicht nicht, mal eben so den Bildschirm anzutippen. Man muss schon richtig drücken, als würde man eine Taste runterdrücken. Das gibt es bei anderen Autos so nicht. Aber hier muss man richtig drücken. Ein Kompromiss für die, die lieber Tasten haben wollen, aber die über einen Bildschirm bedienen müssen. Haben sich die Ingenieure clever überlegt, ist aber am ersten Moment etwas gewöhnungsbedürftig. Zentrales Bedienelement hier der Hauptbildschirm mit dem Navi und den ganzen Einstellungen, die man hier machen kann. Und diese Software bei Audi bedient sich auch tatsächlich richtig flüssig. Da gibt es eigentlich gar nichts zu kritisieren, muss ich sagen. Mir gefällt das sehr gut. Ich habe keinerlei Verzögerung festgestellt. Wenn ich drauf drücke, kommt es sofort. Und dadurch, dass man auch hier auf diese Kacheln richtig drauf drücken muss, wie auf eine Taste, und dann auch so ein haptisches Vibrieren-Feedback bekommt, dadurch fühlt sich das irgendwie auch an wie eine Taste. Es ist ganz interessant gemacht, finde ich. Auch was das Navi angeht, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Die Flüssigkeit hier von der Satellitenkarte, wie die scrollt und so, wie man die bewegen kann, das ist schon so, wie ich das fast von meinem Tesla gewohnt bin. Da muss ich sagen, da hat Audi, was die Software angeht, hier echt einen guten Job gemacht. Könnte man eigentlich sagen, warum übernehmen das nicht alle Modelle aus dem VW-Konzern? Ladeplanung kann das Navi natürlich auch. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren, wie flüssig das funktioniert. Navigiere nach München. Sie können jetzt weitere Suchbegriffe... So, jetzt hat er ganz viele Münchens gefunden. Das ist immer ein bisschen doof. Die meisten anderen Navis, die wissen, dass ich das München in Bayern meine und navigieren dann dahin. Und schon geht's los. Das ging doch relativ zackig. Und jetzt wird er irgendwann merken, dass er mit dem Akku hier nicht hinkommt. Denn ich habe noch 79 Prozent und angezeigte Reichweite 218 Kilometer nach der Tour von gestern. Wird er irgendwann sagen, dass der Akku nicht reicht. Das dauert ein bisschen, bis er das merkt. Beziehungsweise er führt eigentlich im Hintergrund schon die Berechnung durch. Die ganze Ladeplanung macht er jetzt. Jetzt sagt er mir, das Ziel kann mit der aktuellen Batterieladung nicht erreicht werden. Sollen Ladestationen gesucht und eingeplant werden. Ja, okay. Und schon hat er sie. Das heißt, er hat sie im Hintergrund nämlich vorher schon berechnet. Ich kann es also nur annehmen oder ablehnen. Ich nehme das mal an. Das Doofe ist, dass ich, wenn ich es ablehne, habe ich eigentlich keine Chance, eine neue Ladeplanung zu machen. Dann muss ich die Navigation nochmal neu starten. So habe ich es zumindest erfahren. Jetzt kann ich hier auf die Zielfahne klicken und bekomme dann nochmal meine Ladeplanung. Und jetzt kann ich sagen, da sehe ich ein paar Informationen und könnte dann hier starten. Wetter und Meer. Was habe ich dann an Meer als Favorit oder Shortcut? Ich kann aber nicht sagen, diesen Lader entfernen und einen anderen hinzufügen. Ja, ich sitze jetzt hinter mir und ich muss sagen, Fußgarage passt, Knie haben ausreichend Platz, wirklich ausreichend. Wir haben hier keinen Mitteltunnel, nur so einen winzigen Absatz hier an der Stelle. Ist nicht störend, kann man die Beine trotzdem schön ausstrecken, wenn man möchte. Hier ist ein kleines Display für die Klimatisierung. In dieser Version ist natürlich cool, dass man das hier bedienen kann. Auch mal zum haptischen Feedback. Was haben wir noch? Wir haben eine Mittelarmlehne, Cup Holder und wir haben, gehst du zu, und wir haben ein geheimes Fach, wo man noch was ablegen kann. Bei meinem Model S ist hier eine Ladeschale, eine Induktive für zwei Handys. Die haben sie hier leider weggespart, trotz des Preises. Schade eigentlich. Kommen wir jetzt mal zum Kofferraum und der ist gar nicht mal so klein für so ein großes Auto. Das ist relativ schön. Oft ist das Auto ja nur groß, aber der Kofferraum klein. Hier haben wir 528 Liter. Und da hinten bellt schon Myla, weil sie weiß, sie kommt gleich hier rein. Wir haben hier ein schönes Netz. Das ist ganz praktisch. Da kann man was drunter stecken, dann fliegt das hier nicht durch die Gegend. Wir haben asymmetrisch umteilbare Rücksitze. Und wenn man die umklappt, dann hat man 1567 Liter. Und der Clou, wir haben noch einen Subtrunk. Da ist richtig viel Stauraum. Ladekabel sowieso. Zu Notersatzreifen ist hier natürlich nicht drin. Und wenn er nicht drin ist, dann haben wir hier echt viel Platz. Und wir haben sogar noch einen Frunk. Also ganz was Seltenes. So Myla, und jetzt kommst du hier mal rein. Ja, Fläche satt. Fragt sich nur, was mit der Kopfhöhe ist. Das Coupé-Heck fällt hier sehr steil ab. Wenn ich mir das so vorstelle mit der Scheibe, könnte das mit dem Kopf eng werden. Musste ich ganz nach hinten setzen, Myla. Ganz nach hinten. Dann machen wir zu. Achtung. Ducken, Myla, ducken. Ja, geht gerade so. Also weiter vorne dürfte sie nicht stehen. Weiter hinten zu den Sitzlehnen hin geht's. Na, Myla, wie ist es da drin? Ist genug Platz? Ja, ne? Das sieht doch ganz gut aus. Also, auch der Hund passt hier rein in den SQ8 Sportback. Von daher finde ich fürs Reisen doch ein ganz praktisches Auto. Jetzt darfst du wieder raus. So, wir sind wieder unterwegs. Zweiter Versuch Bremen-Bremerhaven. Wir sind fast schon wieder da beim Wendepunkt. Wir haben jetzt knapp 47 Kilometer geschafft schon. Liegen aktuell bei 28,5 Kilowattstunden im Durchschnitt. Das ist doch ein ganz anderer Schnack als gestern. Wir haben auch ganz anderes Wetter. Wir haben es mehr oder weniger wolkenlos. Ein paar Schleierwolken gibt es. Wir haben Rückenwind gerade. Und wir haben es 6 bis 7 Grad. Also ganz andere Verhältnisse als gestern. Und jetzt hat er mir gerade den Tempomat automatisch auf 120 abgesenkt, weil er die Verkehrsschilder erkannt hat. Ja, Assistenzsysteme hier im SQ8 völlig unauffällig, was absolut positiv gemeint ist, weil sie funktionieren total reibungslos. Und das mit der automatischen Absenkung ist richtig genial. Muss er auch machen, denn sonst würde er wieder piepen bei 3 kmh zu schnell, auch auf der Autobahn. Da bimmelt er, sobald man ein bisschen zu schnell fährt. Und ja, dann muss man halt Gas wegnehmen oder den Tempomat machen lassen. Was das Geräuschniveau angeht, war ich doch ein bisschen überrascht, dass es hier wieder erwartend doch relativ laut ist. Also das ist wirklich relativ zu sehen. Ich hätte es mir einfach leiser vorgestellt im Vergleich zur Konkurrenz. Das liegt aber zu 100 Prozent an den Reifen, die hier drauf sind. Ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Hersteller die sind. Muss ich nachher mal nachgucken. Es sind ja 20 Zöller, 255er Winterreifen. Und die sind relativ laut. Das merkt man, wenn hier der Belag wechselt, dann ändert sich das. Und das ist doch relativ dröhnig. Die Winterreifen sind scheinbar nicht die leisesten hier. Wir sind am Wendepunkt angelangt. Wir haben heute mal wieder grün und können durchfahren. Wir haben jetzt 63 Kilometer auf der Uhr und einen Durchschnittsverbrauch von 27,5 Kilowattstunden. Das ist ja tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Aber wir hatten Rückenwind. Und mal gucken, jetzt geht es zurück bei Gegenwind. Mal sehen, was das dann für Auswirkungen hat. Ich bin gespannt. Bei aller Leistung, die der Esco 8 hier hat. Es ist ja wirklich enorm mit 978 Newtonmeter Drehmoment. Da geht echt was ab hier. Er fährt 210 kmh Spitze. Schneller darf er nicht. Ist aber auch okay. Man betrifft eh nur Deutschland. In allen anderen Ländern ist ja eh Tempolimit. Aber man möchte es natürlich vielleicht auch mal fahren. Natürlich ist da der Verbrauch jenseits von Gut und Böse. Sehr weit kommt man dann damit nicht. So, wir sind jetzt genau 100 Kilometer gefahren und haben noch 47 Prozent im Akku. Das entspricht 30 Prozent verbraucht. Denn wir sind mit 77 gestartet heute Morgen. Das heißt, 100 Kilometer, 30 Prozent Akku. Ja, mal drei sind 90 Prozent Akku. Also 300 Kilometer. 10 Prozent Rest, 30 Kilometer. Nach Adam Riese 330 Kilometer Reichweite. Bei so einer Fahrt wie heute ruhiges, kühles Wetter. 6 bis 7 Grad. Wir haben jetzt ein bisschen Gegenwind. Merkt man, wir sind jetzt bei 29 Kilowattstunden. Also ein bisschen mehr geworden im Vergleich zur Hinfahrt. Aber das ist dann so das, was jetzt hier heute rauskommt bei dieser Fahrt. Und naja, für einen 106 Kilowattstunden großen Akku, da könnt ihr selber euch eine Meinung bilden, ob das angemessen ist oder nicht. Wir sind jetzt knapp 120 Kilometer unterwegs. Wir sind bald wieder durch. Da vorne ist dann auch wieder die Abfahrt. Im Moment liegen wir bei 28,6 Kilowattstunden. Das finde ich ehrlich gesagt einen sehr guten Wert für dieses Auto. Ich meine, die Größe ist ja nun doch enorm. Kann man ja schon fast mit dem Tesla Model X vergleichen. Und das würde auch nicht viel weniger verbrauchen bei so einer Fahrt und solchen Temperaturen. Also Audi hat, was das angeht, hier doch einen ganz guten Job gemacht bei der Effizienz. Wenn es noch kälter wird und nässer und man dann eben hier diese Verbraucher wie Klima, Sitzheizung, Lenkradheizung anhat, dann ist völlig klar, dass ich dann über 30 liege. Also gucken wir mal. Ein bisschen haben wir ja noch. Und dann geht es noch kurz durch die Stadt, wie wir am Ende zu Hause rauskommen. Wir sind wieder zu Hause angekommen nach 129,1 Kilometer, zeigt der Audi hier an, und einem Durchschnittsverbrauch von 27,9 Kilowattstunden. 40 Prozent haben wir noch im Akku, das heißt 37 Prozent haben wir verfahren. Also ich muss zugeben, ich bin doch positiv überrascht. Ich hatte mir den Verbrauch höher ausgerechnet im Vorfeld nach der Erfahrung von gestern. Heute jedoch, muss ich sagen, war der Audi für seine Größe und das, was er so bietet, ich meine 2,7 Tonnen, das muss man sich auch mal überlegen, doch relativ effizient, ja, Hut ab. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist ja auch das Laden. 170 kW in der Spitze soll der SQ8 können. Für einen 106 Kilowattstunden Netto-Akku ist das jetzt nicht ein Spitzenwert, obwohl 170 ja auch schon gar nicht mal so langsam ist. Aber ich hätte jetzt gesagt, so 200 ist so das, was ich jetzt erwarten würde. Aber mal gucken, wenn er die Ladekurve lange hält, dann kann das ja auch was rausreißen. Und das stellen wir natürlich gleich fest. Muss noch ein bisschen runterfahren, ich würde mal sagen so auf 10, 15 Prozent mindestens. Das heißt, es geht nochmal wieder auf die Autobahn. Und dann kann ich eigentlich mal gucken, ob er wirklich die 210 kmh schafft. Bin gespannt. Und dann geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir also am Laden. Und ich muss zugeben, ich bin doch ein bisschen enttäuscht hier vom Audi. Wir haben am Anfang die 120 kW gehabt und nicht die 170. Wir sind mit 8 Prozent angefangen. Und jetzt arbeitet er sich so langsam hoch. Wir stehen jetzt knapp bei 150 kW. Was haben wir denn? 40 Prozent. Und ja, ob er die 170 kW erreicht, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ihr habt ja im Video jetzt vorher schon gesehen. Und die Akku-Vorkonditionierung war dann wohl doch nicht so gut, als dass der Akku warm genug gewesen wäre. Wir haben es nur 8 Grad. Es ist gar nicht so kalt. Und die Schnellladestation hier, der Ionity, der war als Ziel eingegeben. Und ich bin ja auch wirklich fast 40 Kilometer Vollgas gefahren. Also nach meinem Dafürhalten müsste der Akku da echt warm genug gewesen sein. Aber scheinbar war er das nicht. Und das ist ja auch einer der großen Kritikpunkte an der ganzen VW-Plattform, dass die Akku-Vorkonditionierung nicht so gut läuft, dass im Winter die Ladeleistungen entsprechend hoch sind. Und das würde ich mir hier schon wünschen. Denn wenn ich einen 106 kWh großen Akku habe, der netto vollgepumpt werden muss, also bis 80 Prozent sagen wir mal, dann würde ich schon erwarten, dass das relativ zügig geht. Also länger als 35 Minuten möchte ich da nicht stehen. Und da muss die Ladeleistung halt auch liefern. Und momentan hier bei den Temperaturen tut sie das nicht. Und das ist leider einer der Kritikpunkte am SQ8 hier, von denen es echt wenig gibt. Ich muss wirklich sagen, ich bin den Wagen jetzt über eine Woche gefahren. Und am Anfang war ich doch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, überfordert hier von den drei Bildschirmen. Auf jedem Bildschirm sind tausend Werte und Icons und Anzeigen. Und wenn man dann aus so einem reduzierten Tesla kommt wie ich, dann überfordert einen das irgendwie erst mal. Genau wie es Leute unterfordert vielleicht, wenn sie in so einen Tesla steigen, wo fast nichts angezeigt wird. Aber hier musste ich mich echt dran gewöhnen. Aber je länger ich den Wagen fahre, desto besser finde ich es irgendwie. Und ja, man fummelt sich einfach so ein und findet dann das ein oder andere doch richtig, richtig klasse. Sodass ich echt sagen muss, der Wagen, finde ich, ist ein super gelungenes Elektroauto oder sagen wir mal Auto an sich. Es ist einfach ein geiles Auto. Da gibt es überhaupt nichts. Und Audi hat es wirklich geschafft, hier so ein Premium-Gefühl in diesen Wagen zu packen. Das ist völlig klar. Bei dem Preis wird man das natürlich auch erwarten. Und ja, der Preis ist halt einer der Punkte, wo ich sage, Audi, wenn ihr euch wirklich auf das Premium-Segment im Elektroauto-Bereich konzentrieren wollt, dann weiß ich nicht, wo da eure Reise hingehen wird langfristig. Wo bleiben denn so die bezahlbaren Autos? Also vielleicht ein bezahlbarer Q, weiß ich nicht, wie der dann heißt, 2 oder so. Ein kleineres Elektroauto unter 30.000. Das wäre doch mal eine Maßnahme, ob ihr da irgendwann mal hinkommt, ob der es überhaupt wollt. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dieses Auto hier ist was für das Luxus-Segment für Leute, die es sich leisten können, die es sich leisten wollen. Mega gut. Kritikpunkt Nummer 1, habt ihr gerade gehört, die Ladeleistung. Wobei, jetzt sind wir bei 157 kW. Also er arbeitet sich so langsam hoch. Vielleicht schaffen wir noch die 170. Jetzt haben wir knapp 47 Prozent drin. Ladeleistung im Winter ein Kritikpunkt. Im Sommer die 170 kW ist auch nicht wahnsinnig schnell. Könnte man verbessern, sollte man verbessern. Zweiter Kritikpunkt, der Verbrauch. Natürlich, der Wagen ist groß. Wir haben es Winter, aber er hat natürlich doch sich eine ganze Menge Strom genehmigt. Die 27,9, die wir hatten auf der Teststrecke, sind aber tatsächlich im Vergleich zum Audi e-tron vor vier Jahren, den ich getestet habe, weniger. Und der Audi e-tron vor vier Jahren, der war im Sommer, beziehungsweise früher, im Mai war das, und das war wirklich warm. Und der hat sich über 28,5 waren es, glaube ich, genehmigt auf derselben Teststrecke. Und hier mit dem SQ8, 27,9, hey, das ist mehr als eine halbe Kilowattstunde weniger. Und wir haben es Winter gehabt, also 5, 6 Grad. Das ist doch mal eine Effizienzsteigerung, die sich sehen lassen kann. Und ich glaube, im Sommer ist es dann noch mal deutlich besser. Aber die 350 Kilometer, die man hier im Winter kommt mit dem über 100 Kilowattstunden großen Akku, sind einfach für das, was das Auto kostet, doch ein bisschen wenig. Also das heißt, für die 130.000 knapp, die der Wagen hier kostet, kauft man sich nicht große Reichweite, sondern man kauft sich doch relativ viel Luxus. Das ist einfach so. Ja, aber es gibt diesen Wagen ja auch deutlich günstiger im Einstieg. Ich glaube, der normale Sportback ist irgendwie bei 78.000 beginnt der. Und dann kann man sich noch was dazu konfigurieren. Liegt man vielleicht bei 90. Ist auch eine Menge Holz, völlig klar. Aber eben nicht die 130 wie dieser hier. Und dann kommt man auch noch ein bisschen weiter, denn der normale Sportback hat eben auch mehr Reichweite WLTP als dieser SQ8 hier. Aber nichtsdestotrotz, der Verbrauch, darüber muss man sich im Klaren sein, ist natürlich höher als, weiß ich nicht, im ID.4 zum Beispiel, völlig klar. Ja, damals im ersten e-tron war ich doch ziemlich beeindruckt von dem Wagen. Gerade auch im Vergleich mit meinem Tesla Model S bin ich heute auch wieder. Der Wagen ist eindeutig das bessere Auto, muss man einfach so sagen. Völlig klar. Würde ich tauschen wollen? Schwierig, schwierig, Leute. Also ja und nein. Nein, wegen der Ladeleistung. Nein, weil auch die Performance hier, obwohl es ja nun die Sportvariante ist, mich jetzt nicht wirklich vom Hocker haut. Trotz der 4,5 Sekunden auf dem Papier. Und nein, wegen des Infotainments, was zwar wirklich gut ist, die Software, aber irgendwie reißt mich das jetzt nicht mit, muss ich sagen. Und da finde ich mein Model S, das ist ja das neue Long Range von 2023, doch für mich persönlich irgendwie geiler, muss ich zugeben. Vom Auto her ist der Audi aber wirklich, wie ich schon gesagt habe, ganz klar das bessere Auto. Punkt. So, jetzt schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr von so einem Auto haltet. Ist das was, wo ihr sagt, Mensch, da lohnt es sich mal drauf hin zu sparen? Oder ist es der falsche Weg, den Audi hier einschlägt mit solchen Premium-Modellen? Das würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Denn ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Denn hier bekommt ihr spannende Informationen bei mir rund um die Elektromobilität. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann macht's gut. Bis dahin. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Ciao.